Mokshepatamo auch Moskshepatamo oder Guanschaupet ist ein indisches Spiel und der Vorläufer des 1892 von F.H.R.s herausgebrachten Spiel Snakes and Ladders. Das Spiel hat religiösen Charakter und dient zur Meditation über die Möglichkeit ins Nirvana zu gelangen, indem man über Tugenden schneller aufsteigt und mit Lastern zurücksingt. Das Spiel gibt ganz konkret moralische Antworten. Die Wege der Tugend wie z.B. Glaube, Zuverlässigkeit, Großzügigkeit, TTC verkürzen den Weg zum Nirvana. Die Wege des Lasters wie etwa Ungehorsam, Eitelkeit, Gemeinheit, TTC werfen zurück. Der symbolische Charakter ging in Europa in Vergessenheit. Das in der altägyptischen 12-Dynastie bekannte Spielhunde und Schakale hat große Ähnlichkeit mit Mokshepatamo, Spielbrett. Der Spielplan stellt ein Sinnbild des Lebens dar, das es zu meistern gilt. Der Hinduismus lehrt, dass Gut und Böse den Menschen begleiten, man muss sich für eine der beiden Seiten entscheiden. Deshalb ist er es von großer Bedeutung, welche Wege der Spieler einschlägt. Nicht immer liegt aber die Entscheidung beim Spieler, sondern durch das Spiel der Würfel auch beim Schicksal. Das Spiel hat meist 72 Felder. Es sind Varianten mit 81, 84, 100, 124 und 342 oder 360 Feldern bekannt. Jedes Feld hat seine eigene Bedeutung. Die Leitern stehen für die guten Dinge im Leben, die einen vorwärts bringen und dadurch den Weg zum Ziel verkürzen. Treue, Beständigkeit, Milchtätigkeit, Frömmigkeit, Betragen, Mitleid, Erkenntnis, Buße. Die Schlangen sind Symbole des Lasterhaften, die den Weg zum Ziel verlängern. Ungehorsam, Eitelkeit, Unkeuschheit, Diebstahl, Lüge, Trunkenheit, Schulden, Mord, Zorn, Begierde, Stolz, Lust, Spielweise. David Palit beschreibt die Spielweise von Guanschau-Pet wie folgt. Jeder Spieler bekommt eine Spielfigur. Gewürfelt wird mit einem oder zwei Würfeln. Die Augenzahl muss gezogen werden. Landet ein Spieler am Ende seines Zuges auf dem Kopf einer Schlage, wird der Spielstein gefressen und muss auf das Feld des Schwanzes gestellt werden. Kommt ein Spielstein am Ende seines Zuges an den Beginn einer Leiter, so wird der Spielstein auf das Feld gestellt, an dem die Leiter aufhört. Mehrere Spielsteine dürfen auf demselben Feld stehen. Ins Ziel darf nur mit einem exakten Wurf gezogen werden. Wird mehr gewürfelt, so zieht der Spieler die Figur die restlichen Schritte rückwärts. Gewonnen hat der Spieler, dessen Spielfigur mit exakter Zahl im Zielfeld ankommt. Peter Huth beschreibt die Regeln. Vor Spielbeginn entscheidet das Los, wer beginnen darf. Dazu würfeln die Spieler Reihum und derjenige mit der höchsten Augenzahl beginnt. Um seine Spielfigur ins Spiel zu bringen, muss zwingend eine 6 gewürfelt werden. Danach muss nochmals gewürfelt und gezogen werden. Die restlichen Regeln sind analog zu den in Palettes.